Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Sim... äh, Sim City sag ich schon. Anno 2205. So, weiter geht's hier. Uns fehlt so ein bisschen diese Roboter, aber das haben wir ja auch noch gar nicht gebaut. Ich will anfangen und möchte gerne die Welt etwas erweitern, aber wir müssen erstmal gucken, was uns denn dieser ganze Spaß kostet. Äh. Geht das nicht mit diesem hier? Go. Ja. Funktioniert doch. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Ja, erzähl. Ja, ja. Äh. Je mehr Leute arbeiten, etc. bla bla, umso besser ist es. Das ist mir schon alles klar. Wir werden jetzt, äh, anfangen und werden zusehen, dass wir hier Straßen bauen. Und auf Wohnungen gehen. Ja, hier wird ja nachher so ein bisschen Industrie sein. Dann haben wir hier nachher ein Bergwerk. Und da ein Bergwerk. Okay. So, und dann können wir hier erstmal, hier unten möchte ich gerne kleine Wohnhäuser hinsetzen. Da auch. Und da. Und ich weiß, dass ich zu wenig Wohnhäuser etc. bla bla habe, Leute. Ich bin ja in den letzten Folgen schon angefangen, mich etwas zu vergrößern. Möchte bis dahin. Aber, äh, ich wollte ein bisschen Geld erst einsparen, aber das hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und da, äh, ich bin ja in den letzten Folgen. Da passt auch noch genau eins dazwischen. Das gefällt mir. Da auch. So. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Jaja, ganz geschmeidig bleiben, junger Mann. So. Wir haben immer noch genug zum updaten. Das ist sehr gut. Machen wir hier genau das gleiche nochmal. So. Dann brauchen wir eine Straße. Machen wir es mal so. So. Jetzt brauchen wir noch ein Informationszentrum. Ähm. So. Jetzt brauchen wir noch das Informationszentrum. Okay. Das ist, würde genau da hinpassen. Das tun wir dann auch. So. Also, wie ist die Lage? Jetzt könnten wir dann auch gleich updaten. Und so sollten wir jetzt auch dann schnellstmöglich wirklich ins Plus kommen. Ich werde jetzt, ähm, wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erholt hat. Ja, hier unten anfangen mit Updaten komplett. Erstmal hier die kleinen Häuser alle. Was soll ich sagen? So. 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 So gefällt mir das schon. Ja, ja, du wirst mich vollkommen verbessern. Ich weiß. So. Ich will erstmal die ganzen Kleiden haben. Warum? Keine Ahnung. Will ich jetzt einfach so. Das hat jetzt überhaupt gar keinen Grund. Einfach. Entschuldigung. Haben. Mega groß expandieren. In dem Sinne tun wir, möchte unten nachher auf der kleinen Insel nur noch Industrie haben. Und hier oben das reine Wohngebiet. So ist mein Plan. Klar, hier mit Industrien und so müssen wir, oder Bergbau werden wir wahrscheinlich hier unten auf jeden Fall machen müssen. Ähm. Aber der Rest wird hier ganz locker flockig so vonstatten laufen. Gehe ich einfach mal von aus. So. Wir haben gut expandiert. So. So. Deckbedarfsvorsprung ausgebaut. Dann brauchen wir hier noch so ein paar. Da. Da dann auch noch mal. Straße bitte. Sehr schön. Was war das gerade für ein Geräusch? Das haben wir auch. So, so langsam kommen wir aus dem Minus heraus. Wird sich wohl noch etwas hinziehen, aber wir kommen raus. Wir haben jetzt von 8000 sind wir runter auf 2,6 jetzt schon. Also es funktioniert. Mit der Expansion hier oben. Da fehlt ein Informationszentrum. Wieder ein ganzer Arsch voll geupdatet. Hier unten fehlt das ganze Informationszentrum. Also es hat mich wieder ein bisschen zu weit nach rechts. Aber damit werden wir noch warten, weil wir werden hier oben dann später einfach noch einzelne Sätze. Und dann sollte das auch wieder laufen. Wir haben jetzt noch 30 von denen. Dann haben wir so fast die ganzen Updates oder die ganzen Bauoptionen von hier wirklich ausgeschöpft. Oh, das war falsch. So, dann die Straße bauen. So, um das hier ein bisschen auszugleichen, können wir hier noch so zwei kleine hinsetzen. Aber das wenigstens etwas noch ausgeglichen, würde ich sagen. So, hier ist alles gut abgedatet. Naja, halt noch mal die Schnauze. So, so, so sieht das schon ganz okay aus. So, 800 nur noch. Dann haben wir es fast. Nein, in den Bett. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ganz ruhig bleiben, junge Frau, ja. Ich bin fleißig dabei. Warum nicht mehr? Achso, wir haben keine Updates mehr. Alles klar. So, aber jetzt sollten wir doch so langsam hier mal aus dem Minus herauskommen. Wir haben uns jetzt mega vergrößert. Sollte doch jetzt endlich mal funktionieren. Ich war halt ein bisschen zu zimperlich mit dem Bauen und dies und jenes. Ich habe mir da einfach zu viel Zeit gelassen. Habe mich einfach ein bisschen zu sehr auf andere Sachen konzentriert, die totaler Bullshit waren, einfach. Man muss einfach ein bisschen aggressiver da drinne vorgehen in diesem Spiel. Einfach ein bisschen mehr Gas machen beim Updaten und einfach in größeren Dimensionen denken. Dann klappt das schon. Jetzt machen wir wieder Minus. Auf einmal. So extrem. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Reicht noch nicht. Okay, das updaten wir halt nochmal. Okay, Wasser haben wir. Biokost. Das würde jetzt bedeuten, dass ich ja eigentlich hier abreißen muss später. Weil wir diese ganzen Geräte hier möchte ich gerne auf dieser Insel haben. Und der Rest soll alles nach da hinten hin. Also Wohnungen. Das würde aber bedeuten, wir brauchen noch viel, viel mehr von diesen anderen Sachen. Ja, da kriegen wir leider keine mehr hin. Ja, und den haben wir voll geupdatet schon. Wir könnten nochmal so eine Biokostanlage jetzt hier hinsetzen. Immer noch Minus 18. Trotz, dass ich das jetzt angeschmissen habe schon. Minus 9. Na gut. Minus 9. Minus 9. Null. Haben wir. So. Dann mache ich Limone draus. Das hätten wir auch gerne. Grenze erreicht. Okay, jetzt machen wir aber auch zu wenig Früchte. Biokost. Früchte. Früchte hier. Ja, schade. Kriegen wir natürlich da absolut nicht hingepflanzt. Dürfen wir den noch vergrößern? Ja. Wie schaut's denn aus? Ich bin fleißig dabei, mein Freund. Yo. Haben wir voll geupdatet? Haben wir voll geupdatet? Okay. Geh mal bitte hier raus. Zeig mir mal meine ganzen Transferrouten. Ja. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Dann geben wir mal noch diese Transferroute. So, alles klar. Weiter geht's. Auch weg. Das Minus geht auf jeden Fall immer weiter. Ist ja logisch, weil uns jetzt hier andere Sachen fehlen. Ist vom Prinzip logisch, aber wir werden nicht so viel Minus machen wieder wie vorher. Weil ich muss mich jetzt erstmal hier um andere Sachen einfach kümmern. Jetzt bin ich am überlegen, ob man nicht anfängt und hier diese Häuser zum Beispiel abreißt und andere Industrien dann wieder baut. Weil wir müssen ja komplett jetzt umplanen. Also müsste ich normalerweise beigehen. Hier oben nochmal vergrößern. Oder ich sollte... Das Minus geht auf jeden Fall immer weiter runter. Hier haben wir schon mal eine Sicherheitsabteilung. Du hast keine Straße, hab ich grad gesehen. Alles klar. Geld steigt wieder, weil wir denen natürlich die Zufriedenheit nach oben bringen. Ja. Ich weiß, dass Verbrauchsgüter im Arsch sind. Das musst du mir doch nicht jede 5 Minuten sagen. Jetzt haben wir ein Energieproblem auch noch. Ach, du Scheiche, du. So, da haben wir voll geupdatet schon. Machen wir sonst keine Energiequellen mehr. Da haben wir noch Energiequellen. Gut. Dann wird doch nochmal geupdatet. Zack. So, Energiequelle erledigt auf jeden Fall. Das sieht doch schon mal alles auch viel besser aus. Ob man jetzt 8000 Minus macht oder nur noch 100 Plus. Das ist ja schon mal ein großes, großes Vorankommen. So. Jetzt muss ich zusehen, irgendwie, dass wir das hier umgebaut bekommen. Verschieben kann man die Gebäude nicht, oder? Könnte ich jetzt das Gebäude hier hinsetzen? Ja. Es wird wirklich gehen. Kann ich denn die ganzen Wohnhäuser auch da rüberziehen? Weil das wäre ja schon ziemlich cool, ne? Wenn wir die Wohnhäuser und diese ganzen, wie zum Beispiel das Informationszentrum, jetzt nehmen könnten und rüberziehen können. So muss ich nichts abreißen, sondern ich brauche nur umsetzen. Und das wird sogar gehen. Ja, wie genial ist das denn? Ja, dann klauen wir uns doch jetzt... Klauen wir uns doch jetzt hier das Informationszentrum. Klatschen das hier an die Seite hin. Hier. Schließen da eine Straße an, bitte. So. Jetzt gehen wir wieder rüber. Was doof ist, dass ich halt nicht weit genug rauszoomen kann, um mehrere Sachen gleichzeitig mitzunehmen, ne? Oh, ich hab nichts gegen... So. Nehmen wir diese Tussi auf. Aber so brauche ich die nicht abreißen. Und wir würden Platz kriegen. Ich hab nicht erwartet, dass jemand vom Management... Dass jemand vom Management kommt, ja, ja. Zack. Das wird natürlich jetzt ein bisschen müselig, das alles umzusetzen. Klar, wenn ihr sagt, ey, das mit dem Umschieben, das ist Bullshit-Glabor, lasst das mal lieber. Äh, andere Sachen hast du weniger Kosten, in dem... Kann ich nicht mehr... Haben wir einen Tempel? Ah, wartet mal. Ach, egal. Kommen Sie herein. Halt doch mal die Schnauze. Ein Treffen in meinem Haus? Ja, das geht nicht. Okay, also ich muss wirklich die einzeln ziehen. Man könnte auch mit M versetzen, ne? Haben wir einen Tempel? Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Das Polizeiaparten können wir dann... Wir haben da... Da ein Polizeiappartement. Und setzen wir hier noch eins hin. So, dann brauchen wir dafür aber eine Straße. So. Dann haben die nämlich auch schon alle Polizei da unten. Das lassen wir da mal noch. Ich weiß, dass ihr jetzt keine Informationszentrum und nichts habt. Aber wir werden euch ja zufriedenstellen, indem wir das hier alles herumgebaut haben. Das wird sich zwar alles jetzt ein bisschen hinziehen. Aber wir müssen ja expandieren oder umplanen in dem Sinne. Das bedeutet in dem Sinne, wir müssen zusehen, dass wir... Wir... Den ganzen Plan hier anders... Machen. Äh, machen. So. So. Jetzt mal gerade gucken. Ja. Das würde sogar klappen. Dann können wir da nämlich noch kleine Häuser hinsetzen. Wir haben nämlich hier noch ohne Ende kleine. So. Und... Ja klar, ich mache jetzt Minus, weil hier ziemlich viele Leute unzufrieden sind einfach. Aber ich muss halt zusehen, dass wir das umbauen. Ich mache halt nicht mehr so viel Minus wie vorher. Und umso mehr Häuser wir nach oben setzen, umso mehr steigt das Geld ja auch wieder. Seht ihr ja. Also alles im grünen Bereich. Ich habe einfach nur zu wenig Wohnhäuser gebaut. Das ist einfach ganz klar die Devise, die ich gemacht habe. Habe mich zu sehr auf so ein paar Leute konzentriert. Aber ich muss mit dieser Welt hier so viel Geld machen, um die anderen Welten locker zu füttern. Weil die anderen Welten, man kann da plus machen, aber man muss da nicht plus machen. Man kann sich auf diese Welten hier konzentrieren. Und das ist jetzt erstmal meine Devise der nächsten Folgen. Hier alles umbauen, ein bisschen umstrukturieren, die Wirtschaft komplett umplanen. Und dann sollte das auch alles funktionieren, Leute, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch nichts verloren oder geschweige irgendwas anderes. Mit dem Informationszentrum bin ich jetzt schon so der Meinung, dass die nur so und so viele Leute abdecken. Nicht eine Region, sondern nur so und so viele Leute abdecken können. Ob das an dem so ist, das werden wir dann herausfinden, wenn es so weit ist. Ich möchte diese Abteilung jetzt hier nicht abreißen, sondern eher das hier unten alles umsetzen. Da die, wir haben auch schon wieder 195 Dinge, wir könnten eigentlich auch abreißen. Und da oben alles neu bauen. Könnte man auch machen, weil wir jetzt schon wieder genug von diesen Dingern da haben. Ich brauche es jetzt sowieso hier. Diese hier lang ziehen. Hier einen geraden Schnitt zu bekommen. So. So. Aber diese epische Musik, ne? Oh, scheiße. Das war Mist. Weg. Weg. Und. Weil. Falsch geklickt. Und dahin. So. Dann natürlich alles so. Da muss eine Straße. Da muss eine Straße, bitte. So muss bitte eine Straße. Dann können wir diese hier mal durchziehen. Und jetzt dahin, bitte. So. 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 Und so. So, dann hätten wir jetzt da nochmal ohne Ende gerade Häuser gebaut. Und hier unten werde ich jetzt anfangen und abreißen. weil die halt Minus machen. Ja. Ja, ja. 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 world. gh aggi boost. Hier ist das einfach. mal wieder einpendeln da oben, können aber auch gerade nochmal beigehen, da nochmal gerade gegenwirtschaften, indem wir natürlich jetzt hier nochmal Häuser nachbauen. So, da haben wir jetzt nochmal richtig investiert gerade und ob das jetzt nochmal, das war das jetzt auch alles nochmal ein bisschen updaten können, haben wir da unten noch Häuser, die wir updaten können, nicht, dass er die hier unten updatet, oh ja, hier unten sind auch noch ohne Endo Häuser, die er updaten kann, ich gehe jetzt das Risiko, aber wir sind gleich pleite, Alter, wenn ich hier noch mehr abreiße, ich muss anklicken, anders wird es nicht funktionieren. So, und dann sollte das nämlich so langsam, klar, wir werden jetzt erstmal wieder Minus machen, ist logisch, ich muss jetzt aber umdisponieren in dem Sinne alles komplett, weil wir können ja gar nicht mehr die Fabriken vergrößern und dies und jenes und wenn wir das alles geschafft haben, dann geht es auch wieder richtig voran, Leute, richtig voran. Man sieht es ja, wir machen jetzt schon wieder mehr Geld wie am Anfang der Runde und daran kann man einfach sehen, dass das Prinzip aufgeht, was ich vorhabe. Und durch das Updaten natürlich gibt es ja wieder mehr Geld. So, Leute, aber damit sage ich erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Anno2025. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dennne. Tschüss.